Moin, ich bin Christian von Hubertus Heelsports. Ich habe hier den Forest Hunter Rucksack von Herkeeler für euch dabei. Ein leichter und praktischer Rucksack, den ihr sowohl für die Jagd wie für den Alltag hervorragend tragen könnt. Mit einem Eigengewicht von knapp 1500 Gramm und einem Fassungsvermögen von 27 Litern ist er ein praktischer Rucksack, der sehr alltagstauglich ist in der mittleren Größe. Er hat ein sehr großes Innenfach, das ihr seitlich öffnet und er hat zusätzlich ein großes Rückenfach, das ihr von oben öffnen könnt und reingreifen könnt. Der Tragekomfort zeichnet sich dadurch aus, dass der Hüftgurt und der Rückenbereich sehr gut gepolstert ist und der obere Rücken und die Schultergurte sind aus einem Gewebematerial gemacht, sodass sie sehr gut hinterlüftend sind und ihr beim Tragen nicht allzu sehr ins Schwitzen kommt. Er hat zusätzlich noch zwei Netztaschen an der Seite, er hat zwei verstellbare Spanngurte auf dem Rücken, sodass ihr ihn relativ kleines Packmaß zusammenschnüren könnt. Das Obermaterial bei dem Forest Hunter ist sehr strapazierfähig und robust, es ist aber auch leise. Ihr könnt den Rucksack so auch zur Pirsch benutzen und zusätzlich ist am Rucksack noch ein Molle-System mit dran, sodass ihr eventuell zusätzliche Taschen einfach an- und abkleppen könnt. Die Reißverschlüsse sind alle getaped und von daher ist es ein kleinerer, aber sehr praktischer alltäglicher Rucksack, den ihr überall mithin verwenden könnt. Falls ihr mit dem Forest Hunter mal unterwegs seid und es kommt schlecht Wetter auf, ist bei dem Rucksack ein zusätzliches Regencape dabei, das ihr einfach über den Rucksack drüber stülpen könnt und so gegen Nässe geschützt seid. Rucksack Rucksack Rucksack